Nordquist, nächste Chance, Wolfsburg und es steht 5 zu 0. Das auch in der Höhe jetzt verdiente Ergebnis. Moment rechts, dann fulminant oben in den Klick. Sutta durchgesetzt und das nächste Tor, 2 zu 0. Und es ist keine geringere als Tabea Wassmuth, die sich das verdient hat mit einer der Besten auf dem Platz. Rudolf, klasse Zuspiel, die Chance wird, Zabistowska, Zabistowska und es ist das Tor für den 1. FC Köln. Über 900 Minuten mussten sie darauf warten, weit über 900 und endlich ist der Ball wieder im Kasten. Jule Brand macht sich selber, Jule Brand dauert ein bisschen lang, dann doch klasse mit der Hacke und es steht 3 zu 0. Super Spielzug des VfL und der zweite Treffer von Alex Popp, das geht so einfach. Oh, das ist die nächste Chance für den 1. FC Köln, Mandy Islaka und jetzt macht sie ihr drittes Tor. Patrick von Mandy Islaka, Wahnsinn. Siebtes Saisontor, Islaka über 5 Monate nicht getroffen und hier trifft sie in einem Spiel zum dritten Mal. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.